Hallo, willkommen zu diesem wunderbaren Montag. Neue Woche, neues Glöck. Ich denke mir, was kann man denn machen? Heute steht nichts besonders an. Ich bin bei Level 199. Ich könnte doch eine Auszeichnung irgendwie mal mir verdienen und eintragen lassen. Ja, da fällt mir nämlich ein, es gibt diese Schildauszeichnung. Zeige ich gleich mal, und zwar bei Überleben. 500 Schild oder ein zweiter 1000 Schild. Die kleine habe ich schon. Ja, denen will ich hinterher. Mal gucken, ob ich die kleine 500 Schild oder die 1000er Schild zusammenkriege. Ich denke mir, ich habe da eine Strategie. Ich will bei Schotis Hauptquartier landen. Schoti wird dann eine große Rolle in meinem Konzept spielen hier, in meinen Überlegungen. Und die Kakteen rundherum um das Hauptquartier. Erstmal brauche ich ein Auto. Ich muss sehr mobil sein für diese Aktion, die ich vorhabe. Ich habe noch kein Schild. Hol mir mein Auto, rüste es aus und fahre erst mal ein paar Kakteen an. Und zwar gibt es drei Stückchen um das Hauptquartier. Drei Stück rundherum fahre ich mal an. Einmal gibt jeweils immer 30 Schildpunkte. Ja, so ein Kaktus. Da drüben ist der zweite. Zack. Und es gibt noch einen dritten. Die wachsen ja immer wieder schnell nach. Nach einer Runde sind sie dann wieder da. Da drüben fahre ich jetzt auch durch. Da gibt es den dritten Kaktus. So, es sind drei Stück. 90 Punkte insgesamt. Ja, Schild. Jetzt fahre ich zurück. Eigentlich wollte ich Schoti jetzt eine verpassen, aber da ist noch ein Spieler. Das geht noch nicht. Der muss erst mal raus aus dem Spiel genommen werden. Der passt hier nicht in meinem Konzept rein. So ist das nicht gedacht. Sondern es ist gedacht, auch die Kutronen interessieren mich jetzt auch nicht. Es ist gedacht, dass ich Schoti hier ein bisschen provoziere. Lässt sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen. Auch nicht durch anfahren. Vielleicht, wenn ich ihm Schwertieb verpasse tatsächlich. Den Säbelheb. Ja, jetzt warte ich, dass er mir mein Schild runterschießt. Und bitte nicht das Auto. Schoti, ziel doch mal auf mich und nicht auf das Auto. So, fast runtergeschossen. Jetzt, jetzt hat er mich runtergeschossen. Sogar ein bisschen mehr hat er mir weggenommen. Das Auto sieht aber auch nicht gut aus. Ich nochmal kurz hier rauf auf die Servicestation. So, kurz warten. Und was mache ich danach? Natürlich, ich fahre meine drei Kakteen an. Ich nenne es mal das Kaktus-Dreiheck. Nicht das Bermuda, sondern das Kaktus-Dreiheck. Oh, und jetzt gibt es auch ein Level-Up. Was habe ich denn? Level 200 habe ich geschafft. Yippie, endlich. Battle Pass ist komplett damit. So, jetzt durch den zweiten Kaktus. Zack. Und jetzt fehlt noch der dritte Kaktus. Der gibt mir dann auch nochmal 30 Punkte. Und dann habe ich gleich, steht ja oben links, 166 von 500. In einer Runde kann man quasi sagen, oder? In zwei Runden. So, ich also hier auf das Schild drauf. Na gut, ich fahre einmal noch ein Kaktus an, um das voll zu machen. Dann habe ich 100. Zack. So, bin ich jetzt bei 190 von 500. Jetzt zurück zu Schoti. Schoti lasse ich wieder mal hier eine. Verpasse ich ihm so. Lasse ich mal schießen. Im Schnelldurchlauf. Er zählt ja nicht wirklich gut. Ja, und wenn ich stehen bleibe, habe ich immer ein bisschen Angst, dass mich andere Spieler abbalanzen. Er hat mein Schild runtergeschossen. Plus vier Punkte Kondition. Macht nichts. Ich fahre durch den Kaktus. Durch das Kakteen-Dreieck. Da ist der Zweite. Und der Dritte ist da drüben. Ein Stückchen weiter rüber. Immer rund um den versandeten Zug hier. Da ist der Dritte. Ja, fehlen mir noch 14. Aber es macht nichts. Macht überhaupt nichts. Hier ist Schoti. Und Spieler. Ja, der Spieler muss jetzt auch hier wieder weg. Das ist ja nur einer, ey. Die passen natürlich nicht in mein Konzept. Die gefährden mein Vorhaben. Die muss ich rausnehmen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. So, Schoti wieder. Jetzt im Schnelldurchlauf. Komm, schieß. Triff mich. Er trifft, sag ich mal. Nicht mal die Hälfte der Schüsse trifft. Wirklich. Also ein Drittel, würde ich sagen, trifft. Ich jetzt im Schnelldurchlauf. Weil ihr kennt meinen Kakteen-Dreieck. Das ist euch jetzt bekannt. Bin durch drei Kakteen durch. So, schieß ihn wieder an. Warte wieder, dass er mir die Schilder runterschießt. Okay, hat er gemacht. Ich bin bei 492. Übrigens jetzt. Fahre wieder durch die Kakteen. Und müsste jetzt meine Auszeichnung bekommen. Ja, und da ist sie auch. Schild-Experte. 500 Schild in einem Match erhalten. Plus 1750 EP verdient. Ja, und weiter geht's. Ich bin jetzt dann natürlich, ähm, ja. Hinter die Tausender her, ne. Gucke ich mir das mal an. Moment. Da ist jetzt die 500er erledigt. Da war ein Ausrufezeichen dran. Jetzt markiere ich mir das Tausender. 564 hab ich ja schon von 1000. Also, wieder Schoti. Eine anpiken. Naja, der Sturmkreis ist leider schon ziemlich weit. So, und, ähm, ja. Leider ist er nicht der Einzige, der auf mich schießt. Ich krieg gleich einen schönen Kopfschuss verpasst. Hier mit so einem Scharfschützengewehr. Gut, aber ich hab meine Auszeichnung. Die 1000 Schilde sind dann eben eine andere Challenge. Ja, ich wünsche euch noch einen guten Start so in die Woche und sage einfach ciao.